Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, bedingt durch unseren Auswärtssieg bei unseren Freunden aus Nürnberg. Und trotzdem sprechen wir natürlich nun auch mal ganz genau über das Spiel, über die aktuellen News rund um unsere Spieler und all das eben kompakt hier auf Schalke Insight. Zur Zeitpunkt der Videoaufnahme bin ich gerade erst aus Nürnberg zurückgekommen. Es ist gerade Samstagabend um kurz vor 10, weil ich eben jetzt die News einmal vorproduzieren musste. Denn wenn ihr das jetzt gerade seht, bin ich auf dem Weg nach Hannover. Dort spielt er heute 96 gegen Braunschweig. Da wird es einen Stadionblock geben auf Tide Football. Deswegen die News für euch vorproduziert von eben jetzt gerade Samstagabend. Sollte aber sicherlich nicht allzu sehr stören, denn es gibt ein bisschen was zu besprechen bezüglich des Spiels. Wir reden natürlich über diesen nächsten Sieg unter Karel Gerrads, wie der eben auch zustande gekommen ist und vor allem auch darüber, dass sich unsere Mannschaft eben auch weiterentwickelt. Und da belegen wir mal ganz genau darauf, woran das möglicherweise auch liegt. Zudem gibt es natürlich dann aber auch Fragen rund um mögliche Spieler. Gibt es neue Verletzte durch das Spiel gegen Nürnberg? Was ist mit denjenigen, die gefehlt haben? All das und mehr besprechen wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem generellen Blick auf das Spiel, auf das für euch eben dann gestrige Spiel gegen Nürnberg. Und ich glaube, wir sind erstmal alle froh, dass wir dort drei Punkte geholt haben. Der Sieg gegen Hannover 96 letzte Woche tat die uns allen schon sehr, sehr gut. Es waren drei wichtige Punkte. Und nun gegen Nürnberg war es meiner Meinung nach der nächste Schritt. Es war der nächste Sieg unter Karel Gerrads, der zweite in Folge, wenn man so möchte, in dieser Zweitliga-Saison. Und das ist ja sogar was komplett Neues für uns. Hatten wir ja zuvor gar nicht geschafft. Und es war natürlich auch ein Sieg, wo man eben auch gesehen hat, dass diese Mannschaft unbedingt gewinnen will. Weil ich hatte zumindest mal während der Anfangsphase ein wirklich gutes Gefühl. Und auch am Ende habe ich auf jeden Fall den Glauben daran gehabt, dass das diese Mannschaft schaffen kann. Und Karel Gerrads hatte auch deswegen nach dem Spiel ordentlich Lob im Gepäck. Für uns war es ein sehr wichtiger Sieg. Unser erster dreifacher Punktgewinn auswärts. Das war vor dem Anpfiff auch das erklärte Ziel. Wir sind gut gestartet, haben gerade in den ersten Viertelstunden guten Fußball gespielt. In den zweiten 15 Minuten des ersten Durchgangs ist Nürnberg etwas stärker geworden. Dann sind wir in einer erneut starken Phase von uns in Führung gegangen. Das Tor war schon herausgespielt. Es ist wichtig, mit dem Ball Lösungen zu finden. Das ist uns zuletzt nicht immer gelungen. Nach dem Seitenwechsel haben wir zunächst nicht gut reingefunden. Nürnberg ist besser aus der Halbzeit gekommen und hat auch schnell ausgeglichen. Mir war wichtig, dass mein Team nach dem 1 zu 1 die Köpfe nicht hängen lässt. Die Mannschaft hat sich in die Partie zurückgebissen. Wir haben gerade in der Schlussphase gezeigt, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Deshalb bin ich froh und zugleich stolz, dass die Jungs sich mit dem späten Treffer belohnt haben. Die Atmosphäre im Stadion war großartig. Eine Stimmung, die ich so schnell sicherlich nicht vergessen werde. Ich wünsche dem 1. Halbzeit Nürnberg alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Und ich glaube, dort können wir uns als Fans auf jeden Fall auch allesamt anschließen mit diesen Wünschen an Nürnberg. Denn auch diejenigen von euch, die gestern mit dabei waren in Nürnberg, das war schon wirklich was ganz Spezielles, eine sehr krasse Atmosphäre vor dem Anpfiff, diese riesen Choreografie. Ich stand ja auch mit darunter. Das war schon wirklich der Wahnsinn. Und am Ende haben wir eben dann drei Punkte geholt. Einer, der natürlich auch den Klub sehr gut kennt, ist Lino Tempelmann. Und der war auch sehr zufrieden nach Abpfiff. Für mich war es ein ganz besonderes Spiel, da ich auf viele bekannte Gesichter getroffen bin. Hinzu kommt die gesamte Atmosphäre rund um das Duell zwischen Schalke und dem FCN. Als ich die Choreografie vor dem Anpfiff gesehen habe, habe ich direkt eine Gänsehaut bekommen. Diese Freundschaft mit ihren ganzen Aktionen ist wirklich einmalig. Das Spiel selbst hat ebenfalls viel Spaß gemacht. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir gute Chancen und hätten das Spiel schon in die richtige Richtung lenken können. Der schnelle Ausgleich nach der Pause hat uns zunächst ein bisschen zugesetzt. Da haben wir einige Minuten benötigt. Ich bin froh, dass wir die Partie letztendlich dann für uns entschieden haben. Wir haben eine große Bereitschaft gezeigt, über weite Schrecken gut verteidigt und wenig zugelassen. Und dann kurz vor Schluss im entscheidenden Moment getroffen. Es tut extrem gut, nach dem Heimsieg gegen Hannover nun auch auswärts dreifach gepunktet zu haben. Jetzt gilt es gegen Elversberg weiterzumachen. Der Trainer macht einen guten Job, gibt uns einen guten Plan an die Hand. Wir wollen Woche für Woche Schritte nach vorne machen. Auch spielerisch noch etwas draufpacken. Und da wollen wir Fans auch sicherlich nochmal einen Ticken mehr sehen. Eben auch in dieser spielerischen Entwicklung. Aber grundsätzlich war es sicherlich auch neben diesen drei Punkten, die natürlich wichtig waren, auch generell ein Schritt nach vorne. Und genau darüber möchte ich hier auch nochmal reden. Und ich finde schon, das kann man nur nach den ersten Spielen der Karre Gerhard sagen, die Mannschaft entwickelt sich weiter. Natürlich sind wir noch lange nicht an einem Punkt angelangt, wo vieles perfekt läuft. Da muss sich noch unglaublich viel entwickeln und es müssen sich auch viele Spieler noch extrem steigern. Aber man erkennt meiner Meinung nach schon, dass sich diese Mannschaft von Spiel zu Spiel steigert. Ich finde das Pokalspiel gegen St. Pauli muss man da ein bisschen ausklammern, weil das eben schon eine gewisse Herangehensweise war, dort relativ defensiv zu agieren. Denn jetzt gegen Nürnberg hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass unsere Mannschaft auch im Spiel mit dem Ball deutlich besser funktioniert hat, sich deutlich besser präsentiert hat und auch in Summe einfach als Gesamtbild deutlich besser funktioniert hat. Einer, der damit auch sehr zufrieden war, war André Hechelmann. Er war ja in seiner Jugend auch mal Nürnberg-Fan und nach dem Auswärtssieg hat er dann erstmal durchatmen müssen. Ich habe erstmal mal durchgeatmet, dann bin ich raus und habe mich mit den Jungs gefreut, dass sie feiern dürfen. Denn Hechelmann ist nach dem Abwiff erstmal in die Kabine gegangen, hat dort ein bisschen die Ruhe für sich mal genommen, um dann eben auch zumindest mal die ersten Gedankengänge zu haben, wie man dieses Spiel analysieren kann. Und dieses Spiel war eben auch ein Match, wo wir gegen einen wirklich guten Gegner ein über weite Strecken zumindest mal gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Klar, auch Nürnberg hat sicherlich nicht den besten Tag erwischt gehabt, doch das muss man finde ich dazu sagen. Wir hatten aber eine wirklich gute Anfangsphase im Spiel mit dem Ballern, verschiedene kreative Lösungen gefunden und hätten sicherlich auch schon dort in Führung gehen können. Dann diese Führung nach etwas mehr als einer halben Stunde hat sich zwar in dieser Phase nicht zwingend angedeutet, war aber eben auch trotzdem insgesamt zumindest mal verdient. Und das war natürlich dann auch wirklich etwas, was wichtig war für diese gesamte Mannschaft. Und es war aber trotzdem so, dass wir zwar spielerisch immer mehr gezeigt haben, aber natürlich auch dann das 2-0 hätte fallen müssen. Das hat auch Nino Tempelmann nochmal ganz klar auf den Punkt gebracht. Wir hatten in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance, das 2-0 zu machen, haben es aber nicht geschafft. Der Ausgleich hat uns zugesetzt. Und da wiederum sind wir eben auch dann wieder bei einer gewissen Problematik dieser Mannschaft, wo man eben dann auch wirklich ansetzen muss. Denn Nürnberg war eben auch dann durch das 1-1 besser reingekommen in die zweite Halbzeit. Unsere Mannschaft wiederum hat sich zwar dagegen gewehrt, aber man hat schon gemerkt, dass es auf jeden Fall ein bisschen gedrückt hat nach diesem Ausgleichstreffer. Und trotzdem haben wir vor allem auch in der Abwehrarbeit sicherlich gute Dinge gesehen. An Rechelmann hat er auch nochmal gesagt, man hat wirklich wenig zugelassen in der Defensive. Die Abläufe werden immer flüssiger. Und ich finde, dass man das auch durchaus merkt. Und Karre Gerratz lobt eben dann vor allem auch nochmal die Schlussphase. Was mich glücklich macht, ist, dass wir die letzten 20 Minuten besser machen als unser Gegner. Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Wir werden also auch physisch immer besser. Und Hechelmann hat das auch durchaus ähnlich gesehen. Es tut einfach gut, dass du bis zum Ende versuchst, das Spiel zu gewinnen. Und dieses Gefühl hatte ich auf jeden Fall eben auch von der Mannschaft bekommen, dass diese unbedingt gewinnen wollte, unbedingt eben noch diesen Dreier holen wollte. Und deswegen ist auch das eben auch ein gewisser Schritt nach vorne. Und deswegen noch einmal muss sich diese Mannschaft auch weiterhin natürlich noch extrem weiterentwickeln. Ich fand aber auch, dass man beispielsweise nach dem 2-1, um das eben auch dann über die Zeit zu bringen, eine sehr, sehr reife Vorstellung in den letzten Minuten hingelegt hat. Da gab es keine unnötigen Ballverluste, keine unnötigen Fehler. Vor allem auch dort hat mir Keke Top richtig gut gefallen nach Einwechslung, wie der die Bälle festgemacht hat. Und so muss es weitergehen. Darauf kann man zumindest mal aufbauen. Einer, der natürlich gestern sicherlich dann auch der Matchwinner schlechthin war, war natürlich Danny Latzer. Unser Kapitän vergangener Zeiten, unser Aufstiegskapitän, hat es natürlich in den vergangenen Jahren eigentlich seit seiner Rückkehr zu Schalke nicht einfach gehabt. Verletzungsbedingt, formbedingt. Auch jetzt weiß sicherlich jeder, er wird sportlich nicht mehr die größte Rolle spielen. Und trotzdem war er dann gegen Nürnberg mit der wichtigste Mann. Denn er kam ja in die Partie für Dominik Drexler und da hat sich dann nochmal Latzer generell zum Spiel geäußert. Auch nochmal zum 1 zu 1 durch Florian Flick. Da waren wir etwas schläfrig und das leider nicht zum ersten Mal. Wir sind schon häufiger schlecht in die zweite Halbzeit gestartet. Solche Situationen sind echt zermürbend, wenn du 1 zu 0 führst und den Rückenwind mit in die zweiten 45 Minuten nehmen willst. Das darf nicht passieren. Und das finde ich auch erstmal sehr, sehr gut von Danny Latzer. Jetzt hier nicht in pure Euphorie zu verfallen, weil dafür wäre zum einen der falsche Zeitpunkt, was Tabelle und generelle Form angeht. Aber natürlich auch wäre es komplett fatal jetzt zu meinen, es wäre alles gut. Man muss sich wie gesagt weiterhin steigern und deswegen auch vollkommen richtig so von Latzer, dieses anzusprechen und hier auch eine gewisse Kritik an allen und natürlich auch an sich selber zu äußern. Dass man es eben hinkriegen muss, wenn du 1 zu 0 zur Pause führst, auch mit einem gewissen Rückenwind in die zweite Hälfte gehst und das zweite erzielst und erst recht eben dann auch weitermachst. Und bei uns ist eben zu oft das Problem, dass du eben dann den Ausgleich schluckst. Klar, die Reaktion nach dem Ausgleich, die war gut. Unsere Mannschaft ist nicht irgendwie zusammengesagt. Man hatte weiterhin das Gefühl, die glauben an den Sieg, die wollen diesen Sieg haben. Man spielt nach vorne und Latzer hat auch das natürlich ganz klar dann nochmal angerissen. So müssen wir jetzt weitermachen. Wir müssen jetzt einmal wieder zu Null spielen und uns noch vorne verbessern. Auch wenn wir zwei Treffer erzielt haben, da geht noch mehr. Und das finde ich ist genau die richtige Herangehensweise, die wir brauchen. Bloß kein Stillstand, bloß nicht zufrieden sein. Da muss noch viel, viel mehr kommen. Da kann auch viel, viel mehr kommen. Und dann geht es hier auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und dafür brauchen wir aber natürlich auch fitte Spieler. Brauchen wir gute Spieler. Und da gibt es natürlich jetzt auch rund um das Nürnbergspiel einige Fragen. Denn schon vor dem Spiel sind ja ein paar Spieler ausgefallen, die zumindest mal gewackelt haben. Wo man aber schon zumindest davon ausgegangen ist, dass vielleicht ein oder zwei im Kader stehen könnten. Und während des Spiels gab es ja auch zwei verletzungsbedingte Auswechslungen. Blicken wir erstmal auf die Spieler, die vor dem Spiel noch kurzfristig ausgefallen sind. Assan Uedraogo hat ja unter der Woche Probleme gehabt, wodurch ja auch gegen St. Pauli gefehlt hat. Trotzdem war ja dort die Prognose sogar eher in die Richtung, er könnte gegen Nürnberg spielen. Er ist übrigens auch mit nach Nürnberg gefahren. Es hat dann einen Test gegeben, den er absolviert hat. Und genau danach hat er noch etwas gespürt. Ist natürlich dann bei so einer Zerrungsgeschichte, Muskelgeschichte immer ein bisschen gefährlich. Deswegen auch richtig so Uedraogo draußen gelassen zu haben. Deswegen erfolgt nun auch eine weitere Abklärung in Gelsenkirchen. Bei Tobias Mohr und Simon Tirodde gab es ja auch vor dem Spiel Fragezeichen. Es war ja so, dass bei Tobias Mohr es relativ ähnlich war wie bei Danny Latza. Eine kleine Muskelverletzung nach dem St. Pauli-Spiel. Eigentlich nicht ganz so schlimm, haben beide gewackelt. Latza war mit dabei, hat das Tor geschossen. Tobias Mohr hat es nicht geschafft. Und bei Simon Tirodde war es ja laut Karre Gerrads das größte Problem. Deswegen sind wir ja alle auch sicherlich davon ausgegangen, dass er ohnehin fehlt. Und deswegen waren Mohr und Tirodde auf jeden Fall angeschlagen. Das klingt aber erstmal so, dass sie vielleicht auch nächste Woche direkt auch wieder mit dabei sind. Paul Seguin, der hatte ja Markendam, hat deswegen die vergangenen zwei Spiele verpasst vor dem Nürnberg-Match. Und er hatte noch Trainingsrückstand. Klar, wenn du eben auch eine Woche komplett raus bist und nicht mittrainierst, ist das durchaus logisch. Und somit hat auch Paul Seguin gefehlt. Während des Spiels mussten ja dann noch Dominik Drexler und Kenan Karaman verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bei Drexler hat man das ja gar nicht mal so direkt gesehen. Also zumindest hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es bei Drexler irgendwas Schlimmes war. Vielleicht auch da eher nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und bei Kenan Karaman gibt es auch noch keine genauen News, ob das vielleicht irgendwas Schlimmeres ist, wodurch jetzt vielleicht ein paar Tage ausfällt. Auch dort ist sicherlich die Hoffnung groß, dass es einfach nur eine Kleinigkeit war, wodurch er ausgewechselt werden musste. Ganz interessant fand ich aber auf jeden Fall auch dann Keke Top für Kenan Karaman. Ich hätte gedacht, dass Sebastian Polter reinkommt, aber nein, er hat Keke Top reingeschmissen. Und für mich hat das auch wirklich sehr gut funktioniert. Wird man auf jeden Fall wünschen, dass auch dort Karaj Gerrads weiterhin mutig bleibt. Und auch erst recht, wenn andere Spieler ausfallen, jungen Spielern eine Chance gibt. Auch in Kabadahji hat mir zumindest mal in Sachen Engagement ganz gut gefallen. Und genau darauf kann man jetzt eben auch natürlich gut aufbauen. Und somit waren das mal die aktuellen S04 News rund um unser Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Checkt auch gerne meinen Stadion-Vlog ab auf Thiele Football von dem gestrigen Spiel. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.